Glückskinder Glückskinder ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen Handball anbieten für Kinder mit Entwicklungsverzögerung unter dem Dach der Glücksliga. Hoffentlich bald eine deutschlandweite Bewegung. Im Moment sind unter dem Dach fünf Mannschaften zusammen. Und es ist wirklich einfach. Wir gehen in die Halle. Wir haben Trainer, die Lust auf das Thema haben und bieten Kindern mit einer Behinderung eine zauberhafte Sportstunde an. Unter dem Motto Handball ist für alle da. Und erreichen somit Eltern, die sich oft gar nicht vorstellen können, dass ihre Kinder in einen Sportverein reingehen können oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass es halt nicht klappt. Dass Trainer an Grenzen stoßen oder getuschelt wird. Spiel wird verloren und dann heißt es, es ist ja auch ein Kind. Wir haben ja auch ein behindertes Kind dabei. Und all das spielt bei uns keine Rolle. Wir gehen in die Halle und wollen mit dem Sport Grenzen verschieben und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das können wir mit unserem wunderbaren Handballsport erreichen. Hallo, ich bin Diana. Ich bin Teil des Glücksliga-Teams, des Trainerteams. Und ja, ich habe hier im Hintergrund ein paar Stationen für die Kinder aufgebaut, einfach damit die Touren in der Beweglichkeit gefördert werden. Also für mich war es von Anfang an so ein Wow-Effekt. Klar, die ersten paar Minuten haben wir wirklich erstmal nur auf der Bank gesessen und haben wirklich nur zugeguckt und haben uns das angehört, was wird gemacht. Wer sind wir hier alle überhaupt? Was für Kinder? Wie alt sind die Kinder? Wir haben ja wirklich die Kleinsten bis zu den Großen. Also meiner ist jetzt einer der Jüngsten. Und wir haben uns das alles angeguckt und haben so immer mehr Vertrauen gefunden. Haben gesagt, komm, jetzt gehen wir mal los. Ja, hier ist auch für jeden was dabei. Wir machen ja nicht nur Handball, wir machen auch Spiele, wir machen Tourenübungen. Es ist ganz einfach zu erklären. Also vorher war er ziemlich zurückhaltend und von der Außenwelt, sage ich mal, wurde er ausgeschlossen, ist nicht angenommen worden. Und seitdem er hier bei den Glückskinder ist, da ist er wirklich, geht auf andere Kinder auch drauf zu, ist viel aufgeschlossener, ist viel aufmerksamer geworden, weniger aggressiv. Also er hat da wirklich eine positive Entwicklung genommen. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick geben, was die Glückskinder sind. Ein total spannendes und schönes Projekt, was wir gerne auch in der MT installieren würden. Dafür suchen wir dich, dafür suchen wir Leute, die bereit sind, mit uns Kindern Freude zu schenken. Du brauchst keine Voraussetzungen, du musst keinen Doktor haben, du musst kein Sozialpädagoge sein. Du musst einfach nur daran Spaß haben, mit Kindern zu arbeiten. Wenn du Lust hast, mit uns das zu entwickeln, melde dich unter meiner E-Mail-Adresse und wir kommen ins Gespräch. Wir freuen uns auf dich. Werbung ắc und . Untertitelung des ZDF, 2020